Boris Pistorius, unser neuer Verteidigungsminister, gleich hier bei Feng Shui am Freitag im Barze, chinesisches Horoskop QuickCheck. Ja, hallo meine Lieben, wieder willkommen bei Feng Shui am Freitag und wie immer, wenn euch alles rund ums Thema Feng Shui interessiert, lasst gerne ein Abo da und die Glocke und ja, ihr wisst schon, was ihr machen müsst. Okay, Boris Pistorius, was soll man von dem halten? Also ich meine, schlimmer konnte es nimmer kommen nach Christine Lambrecht, jetzt also Boris Pistorius. Gut, wie ist der gestrickt? Schauen wir erstmal rein. Boris Pistorius, 1463, leider keine Stunde, ist so ein bisschen nervig, wenn ihr die Stunde von ihm habt, ab in die Comments damit, würde mich sehr interessieren. Er ist ein Yin-Metall und ist hier im Holz Yin geboren, also ein Metall im Frühling. Was heißt das? Also Metall ist ja erstmal so in der Erde versteckt, also es neigt zur Anreicherung, also Erde konzentriert sich und dann gibt es kristalline Strukturen, es gibt Halbedelsteine, Stalaktiten, also what have you. Das ist auch verbunden mit der Funktion der Lunge. Also wir atmen, dann Sauerstoff rein, Kohlenoxid raus, also der Körper möchte sich mit möglichst vielen Dingen, die gut für ihn sind, anreichern. Denkt an eine Bank. Also die will euer Geld behalten und will, dass ihr möglichst viel Schulden und komische Papiere im Depot habt. Also so ist ein bisschen diese Idee. Ja, vielleicht nicht ganz so bösartig, aber es ist jemand, sagen wir es mal so, der Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden kann. Also das ist eine Qualität, die da drin ist. Und wir haben ja auch Yang-Metall und Yin-Metall. Ihr seht ja hier, er ist ein Yin-Metall. Also Yang-Metall wäre tatsächlich das Erz, das noch in der Erde verborgen ist, das noch geschürft werden muss, das verarbeitet werden muss. Das Yin-Metall ist jetzt hier das veredelte Metall. Also es ist schon, ich soll mal sagen, ja zum, also Yin wäre ja das Gold, also es ist dann zum Goldbarren gegossen oder es ist ein Werkzeug, das daraus hergestellt wurde oder ein Nagel oder ein Hammer oder was auch immer. Also es ist auf jeden Fall Metall, das in eine Anwendbarkeit gebracht wurde. Also in diesem Yin-Metall findet man auch viel so Juristen, also Sprache ist da wichtig, das ist immer mit Rechtsdeutschen, also man kann gut mit Sprache umgehen. Und er kann eben das Wichtige vom Unwichtigen trennen. Gut, das kann man sagen, also nicht jeder Yin-Metall ist ein Strafverteidiger, ist auch klar. Es hängt auch ein bisschen davon ab, was hier im Umfeld noch passiert. Das heißt, wir sehen jetzt eben, ah, der ist hier im Frühling geboren, also es ist eine Jahreszeit, die noch ein bisschen frisch und kühl und feucht ist. Also es ist für das Yin-Metall nicht die optimale Jahreszeit. Und das wäre jetzt so der erste Schritt in der Analyse, bevor man jetzt tiefer einsteigt. Ich habe das hier mal so ein bisschen notiert. Also es ist ein Yin-Metall im Frühling. Was ist ganz wichtig? Feuer, also dieses Metall braucht Wärme. Vielleicht auch ein Grund, warum man jetzt in der Politik gelandet ist. Also da steht man im Rampenlicht, da wird ganz viel kommuniziert, auch über Inhalte, auch über ethisch-moralische Inhalte. Ja, man soll es nicht glauben, Politik und ja, Kalauer, I know. Aber es gibt einen Menschenrechtsrat im Bundestag, just saying. Also Feuer hat auch was mit Werten zu tun. Kommunikation, von daher würde man denken, ja, dieses Metall ist in der Politik schon ganz gut aufgehoben. Und es ist auch tatsächlich so, dieses Yin-Metall kann ohne Wärme, ohne die Wärme des Feuers gar nichts löten. Also dieses Berufsfeld ist schon optimal genutzt. Was ist noch wichtig? Also Erde ist extrem wichtig für dieses Metall, weil es das Metall bedeckt und damit wärmt. Und die Erde sind eigentlich so Aushandlungsprozesse. Also Erde ist vom Archetyp der Heiler, ist der Verhandler, also der Mensch, der eigentlich so die Motivation, die Ideen im Gegenüber erkennen kann. Und damit ist es ein guter Verhandlungsführer, weil der kann dann sagen, ah, jetzt kommt Kinders, wir setzen uns an den Tisch. Hör mal, was willst denn du, was willst denn du, was willst denn du? Mensch, kriegen wir nicht mal eine Lösung hin, wo jeder eigentlich als Gewinner rausgeht. Also das ist das, was einen guten Verhandlungsführer eigentlich ausmacht. Also diese Verhaltensweise, die stützt ihn. Und wenn wir jetzt hier ins Zoroskop reinschauen, sehen wir auch, also wir haben hier ja auch ordentlich Erde drin. Denn das tut ihm gut, das kann er. Und dieses schiefe Siegel ist auch eine Spezialisierung gleichzeitig. Also mal gucken, was da so kommt. Aber ich denke, ein guter Verhandlungsführer ist auch jemand, der nicht davor zurückscheut, eben sich in Themen reinzuarbeiten, wirklich seine Man-Auers hier investiert, um sich auch spezialisierte Inhalte anzueignen. Also er ist bereit dafür, den Preis dann zu bezahlen und die Arbeitsstunden zu investieren. Also auch jemand, der ist ein guter Arbeiter, also so ein Workhorse. Na ja, cool. Gut, was für ihn jetzt total schlecht ist, ist Wasser. Also die Kälte, wenn es zu analytisch wird. Oder auch, sagen wir mal, wenn es moralfrei wird. Das ist nicht gut für ihn. Also ich schätze ihn so ein, dass das ein Verteidigungsminister ist, der auf Werten bestehen wird. Das würde ich ihm schon zutrauen. Und wie gesagt, nachdem es ein schwaches Metall ist, ist natürlich hier Metall erstmal gut. So, jetzt kann man wieder reinschauen und sagen, hm, das Glück und Unglück nach den vier Jahreszeiten ist die erste Analyse-Ebene. Ja, nochmal anders, jetzt gibt es nochmal eine davor, aber das können wir jetzt mal kombinieren. Metall im Frühling ist eigentlich schwach. Also gibt es jetzt irgendwas, was das Ding noch stärker macht, das Horoskop? Und jetzt sieht man, ah, also Erde stützt ihn, Metall stützt ihn. Wir haben hier unten nochmal Metall, was ihn stützt. Also es sind schon mal drei weitere Einflüsse. Also man sagt, okay, das Metall ist trotz dieses schlechten, in Anführungszeichen, Geburtszeitpunkts, ist nicht so schwach. Wir haben jetzt natürlich nur sechs Faktoren, also drei Säulen mal zwei, sechs Faktoren zur Verfügung. Eine Stundensäule fehlt uns. Aber da würde man schon sagen, gut, er hat diesem Holz hier unten, das ist der Monatskommandeur, das ist der Monat der Geburt, dem hat er schon was entgegenzustellen. Und was ist das jetzt für eine Interaktion? Naja, das Holz, das ist, das Metall ist das, was jetzt hier dieses Holz überwindet. Und was ich überwinde, ist mein Reichtum. Das heißt, das reicht dann hier auch sogar schon zur Strukturdominante. Ihr seht also SD, also die Strukturdominante lautet hier Reichtum. Ist es der stabile Reichtum oder zum Reichtum neigen? Wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall bedeutet Reichtum als Strukturdominante, also es geht jetzt nicht nur um den schnöden Gelderwerb und Geld, Geld, Geld und berühmt werden. Reichtum meint eigentlich was anderes. Das bedeutet, also wie kann ich meine Ziele in der Welt umsetzen? Also stellt euch so einen Bauer vor, Neolithikum, der mit dem Grabstock seinen Acker da begräbt und sät und hofft dann im Herbst was zu ernten. Das ist Reichtum. Also ich verändere die Welt um mich herum, damit gute Dinge passieren. Also damit ich irgendwann ernten kann. Und ja, deshalb würde man heute mit der Berufsausübung dann assoziieren. Beruf und Karriere. Denkt, ja, ist auch nicht so weit weg. Aber, ne, das ist die Idee, also ich schaue mir die Welt an. Wir haben ja gehört, Feuer ist ganz wichtig, ne, also auch Ethik und Kommunikation und, hm, hm. Worum geht's, ne, was ist das große Ganze? Und dann gehe ich raus und versuche die Dinge um mich herum so zu verändern, dass das in meinem Sinne dann ein Ergebnis gibt, ne. Und dann kann man sagen, naja, also wie ist es denn jetzt? Jetzt kann man sagen, ja, aber ist ja hier, guck mal, das ist ja nur ganz wenig Holz. Ja, aber das ist der Monatskommandeur und damit ist der eigentlich so stark wie so hier anderthalb von diesen Säulen. Also das Ding ist schon ganz ordentlich. Also nicht davon abschrecken lassen oder täuschen lassen, dass es hier nur so eine kleine grüne Kachel ist. Dieser Holzeinfluss ist schon gewaltig. Und dann sehen wir praktisch hier, ah, da gibt es jetzt eine Interaktion. Na, wir haben hier dieses Metall hier unten. Das mit dem Wasser hier, das stimmt nicht so ganz. Also das ist nicht ganz so viel Wasser hier drin. Wir haben eine ganze Menge Holz. Und wir haben Erde, die das Metall hier stützt. Also das Metall hat schon, das ist schon stark genug, um hier eine ordentliche Menge Holz wegzuhauen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen in den Lebensverlauf reinschauen, dann sehen wir hier, ah, also er läuft hier in den, ja eigentlich vom 17. Lebensjahr bis zum 47. Lebensjahr durch eine Feuerflanke durch. Ich denke, das ist dann auch seine politische Karriere, die das so ein bisschen beschreibt. Und hier mit Lebensalter von 47 Jahren im Jahre 2007, da gibt es also ein, was soll man sagen, Major Life Change. Also ihr seht zum einen, hier oben kommt das Young Holz dazu. Und das kombiniert dann ganz vortrefflich mit dem Monatskommandeur. Und dann steht hier der korrekte Reichtum. Also was daraus dann folgt, ist ein sehr stark zielorientiertes Arbeiten. Also ist das vielleicht so diese Idee, wo man denkt, so, nee, jetzt machen wir mal Bundespolitik, jetzt ziehe ich richtig durch. Das entsteht hier durch das Young Holz. Und nachdem er hier unten jetzt in eine Herbstflanke eintritt, also kommt nochmal ganz viel Metall dazu. Da hat man ja gesagt, Mensch, Metall ist eigentlich ganz gut für ihn. Dann wird dieses Metall hier richtig befähigt. Also ihr kriegt jetzt hier auf dieser Erdebene, kommt nochmal Metall dazu. Also das Metall wird extrem, Metall und Holz wird sehr, sehr stark. Also wir sehen hier ein unglaublich zielorientiertes Handeln. Auch ein resultatorientiertes, ein ergebnisorientiertes Handeln. Was dann witzigerweise, also just hier 2017 schwächer wird. Hier taucht zum Reichtum Neigen auch, seht ihr vielleicht. Das ist dann so ein bisschen so, na, ist nicht mehr so richtig, wie was hinten rauskommt. Es ist eigentlich viel schöner, an einem tollen Projekt beteiligt zu sein. Zum Beispiel an der Bundesregierung. Keine Ahnung. Da schaut man so drauf und denkt so, gut, wie kann man ihn denn dann so einschätzen? Und ja, also mit diesem Metall-Holz-Ding und starkem Feuer. Also ich würde mal sagen, also Werte sind für ihn schon ganz wichtig. Klarheit ist wichtig, auch Unterscheidung zwischen wichtig und unwichtig ist ein schon sehr starkes, zielorientiertes Handeln, ergebnisorientiert. Also er will Ergebnisse produzieren oder zumindest an einem Projekt beteiligt zu sein, was dann Sinn macht. Und das macht ihn eigentlich zu einem, was soll man sagen, also berechenbaren Menschen jetzt innerhalb so einer Dominanzstruktur. Also ich denke, das ist jemand, wenn du den im Team hast, auf den kannst du dich verlassen, weil der weiß, was er will, der kommuniziert ist. Und so, dann kann man auch zu jemandem verhandeln und sagen, wenn du das haben willst, dann musst du aber das machen. Also es ist ein guter Parteisoldat, den willst du im Team haben, der ist gut. Und naja, jetzt mal schauen. Also es ist natürlich dann auch nicht unerheblich, was die Führung hier dann sagt. Und mit Olaf Scholz, der Olaf Scholz, der Scholzthalt, ja, es glänzt einfach durch, durch, don't complain, don't explain. Also man hört von ihm öffentlich halt nichts. Ja, mal gucken. Von daher würde ich denken, Boris Pistow ist schon jemand, der seinem Dienstherrn da unglaublich loyal und treu gegenüberstehen wird. Und dann eben an verschiedenen Stellen versucht schon seine Ideen durchzusetzen. Aber wenn das dann nicht geht, dann halt auch nicht. Von daher ist es keine große Überraschung. Man denkt, na, das macht Sinn, den Herrn Pistorius an diese Stelle zu setzen als Verteidigungsminister. Das ist auf jeden Fall ein Stabilitätsfaktor, wo man auch weiß, okay, der wird, sagen wir mal, das Ziel, was man ihm da vorsetzt, erfüllen. Und der arbeitet sich da in die Inhalte ein. Und das ist ein viel besserer Verteidigungsminister als jetzt Christine Lambrecht. Also die war für den Job einfach denkbar ungeeignet. Sorry, das war so eine Quotenfrau. Entschuldigung. Und ja, gucken wir mal, was passiert. Ja, wenn euch dies und noch viel mehr interessiert, lasst ein Abo da an die Glocke, dass ihr dann auch sofort Bescheid kriegt, wenn das nächste Video hochgeht. Und ja, dann wieder viel Spaß. Bis zur nächsten Woche mit Feng Shui am Freitag. Und naja, nochmal ein kleiner Disclaimer. Also wir haben jetzt ja den Channel schon ganz gut gefüllt. Ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass wir jetzt wirklich jede Woche was hochladen. Wir versuchen das natürlich. Also wenigstens zum kleinen Happen. Momentan orientieren wir uns auch so ein bisschen jetzt darauf, so ein bisschen Deep Content zu produzieren. Also ihr merkt das schon mit unserer Geister-an-Dämonen-Reihe, wo man merkt, ah, das geht so ein bisschen tiefer. Das ist dann auch ein bisschen länger. Problem natürlich auch, dauert viel länger in der Vorbereitung. Also seid nicht erstaunt, wenn jetzt in der nächsten Zeit vielleicht nur alle 14 Tage was gepostet wird. Und wir versuchen natürlich jetzt diesen wöchentlichen Rhythmus aufrecht zu halten. Vielleicht gibt es dann einfach so einen kleinen Horoskop, Quick Check oder einfach mal so eine Zwei-Minuten-Analyse, Gesicht oder irgendwas. Oder wenn auch irgendwas habt, was man so schnell runterbauen kann, postet gerne mal so ein paar Vorschläge in die Comments. Gut.